Hallo liebe Rainbow Six Siege Community! Für die Vergabe des GSA-Spots haben wir von der Unilega uns dieses Jahr etwas Neues überlegt. Um den begehrten Spot zu erhalten, müssen Teams sich in zwei Swiss Stages und anschließenden Playoffs als würdig erweisen. Die Swiss Stages finden im Frühling und im Sommer statt und geben euch je nach Platzierung eine bestimmte Anzahl Punkte, wobei die Platzierung im Sommer etwas stärker gewichtet wird. Die besten sechs Teams nach Punkten treten anschließend im Winter in den Playoffs gegeneinander an. Dieses wird im Double Elimination Format ausgespielt, wobei der fünfte und sechste Seed bereits im Lower Bracket starten. Die ersten beiden Runden sowie das Lower Bracket Final sind Best-of-3-Partien. Wer sich anschließend im Grand Final in einem Best-of-5 behaupten kann, ist für die Teilnahme an der GSA-Relegation berechtigt, wo man um den Einzug in die GSA-League 2023 spielen wird. Doch das Beste kommt erst noch. Für die teilnehmenden Teams gelten nicht die sonstigen Unilega-Vereinsregelungen. Das heißt, ihr könnt Teams aus unterschiedlichen Universitäten formen, solange alle Spielerinnen und Spieler an einer Uni eingeschrieben sind. Das Einzige, das es zu beachten gilt, ist, damit ihr euren Spot auch wirklich wahrnehmen könnt, müssen mindestens 60% des ursprünglichen Rosters, das den Platz erspielt hat, erhalten bleiben. Ihr habt noch weitere Fragen? Dann kommt auf unseren Discord. Den Link dazu findet ihr in der Infobox auf Twitch oder auf unserer Homepage. Wir wünschen euch viel Erfolg und freuen uns auf eure Teams.